Einen Tag vor der letzten Europawahl, da war ich mit meiner Familie auf Stadtbummel in Dresden. Da war ein großer Stand aufgebaut mit politischen Parteien. Und ganz am Rand, direkt vor der Frauenkirche, stand eine alte Dame mit einem riesengroßen Plakat und da stand drauf, Freiheit für Assange. Und während sich die Menschen um die Bühne dieser politischen Parteien getummelt haben, sind an dieser alten Dame alle Leute einfach so vorbeigelaufen. Ich habe ihr dann einen Daumen nach oben gegeben, als wir vorbeigelaufen sind und habe sie angelächelt. Und sie kam mir dann hinterher und hat gesagt, ich kenne sie doch, ich habe sie doch gesehen in dieser Sendung mit dem Dirk Pohlmann und dem Matthias Bröckers und so. Das finde ich super, was sie machen und deswegen stehe ich auch hier. Und dann habe ich sie so gefragt, ja, wie ist es eigentlich, wie reagieren denn die Leute drauf, wenn sie hier stehen? Und da sagt sie, ja, die meisten laufen vorbei und beachten mich gar nicht. Dann gibt es welche, die sagen, die bleiben stehen und sagen, was ist denn Assange? Und dann gibt es wirklich auch welche, die sagen, was Assange, Freiheit für den, das ist doch ein Vergewaltiger und so. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, als wir das erlebt haben, weil ich mir gedacht habe, es geht ja hier nicht um irgendjemanden oder um irgendwas, sondern es geht hier um den derzeit wichtigsten investigativen Journalisten, der das Weltgeschehen wie kein anderer bereichert hat mit den exklusiven internen Informationen aus allen möglichen Bereichen der Politik und des Militärs, der jetzt im Gefängnis sitzt und den unter Umständen die Todesstrafe erwartet, dafür, dass er einfach seinen Job gemacht hat als investigativer Journalist. Und weil das so ist, bin ich sehr froh, dass es jetzt ein Buch gibt. Es heißt Freiheit für Julian Assange. Es ist geschrieben von Matthias Bröckers, der jetzt hier bei mir sitzt. Und ich bin sehr froh, Matthias, dass du da bist und dass du dieses Buch geschrieben hast. Danke, Matthias, erst mal. Und schön, dass du da bist. Ja, schön, dass wir drüber reden können. Das Buch habe ich gemacht, ganz schnell jetzt, genau aus dem Motiv, was du eben schilderst mit der Dame, die da steht, ein Schild hochhält. Und mir ist es auch so gegangen, dass wenn ich in letzter Zeit da, oder dann so im April, als diese Verhaftung von ihm stattfand, mit Leuten geredet habe ich gesagt, ja, die sagen, ja, also, dass da ein großes Unwissen herrscht, was ist überhaupt Julian Assange, okay, als Person, aber noch viel wichtiger, was ist Wikileaks, ja. Und deshalb freue ich mich auch, dass der Westend Verlag gleich gesagt hat, ja, prima, mach das schnell. Und so haben wir jetzt da in kurzer Zeit ein kleines Buch rausgebracht, um einfach die basic informations, die grundlegenden Dinge, die man über Wikileaks wissen muss, und eben über den Fall Julian Assange da nochmal zusammenzustellen und eben klarzumachen, ja, dass hier im Moment gerade eine gigantische Sauerei läuft, dass nämlich ein investigativer Journalist im Gefängnis, im Hochsicherheitstrakt in Belmarsh in England sitzt. Und warum, was hat er denn gemacht, warum sitzt er da im Knast? Ja, er hat Wahrheiten über Verbrechen veröffentlicht. Er hat keine Verbrechen begangen, sondern hat Dokumente publiziert, die klar machen, was für Kriegsverbrechen, was auch für Korruption und was für, ja, auf Deutsch gesagt Schweinereien von Regierungen, verschiedenen Regierungen, nicht nur den Amerikanern, laufen. Und dafür ist er jetzt im Gefängnis. Und das finde ich unerträglich. Und deshalb habe ich dieses, ja, auch etwas zornige Buch gemacht, um einfach mal klarzumachen, was gerade hier läuft. Ja. So, Julian Assange, ist das nicht einfach so ein australischer Hacker? Warum hätte der das nicht einfach unter seinem eigenen Namen veröffentlichen können? Warum musste der das so eine Wikileaks-Plattform gründen? Julian Assange ist ein Hacker, war vielleicht der berühmteste der Welt. Er hat mit 14 sich das Programmieren auf dem Commodore 64 selbst beigebracht, hat dann mit noch zwei jugendlichen Freunden, Nerds, Kollegen da angefangen, ja, auch in dann Rechner von Universitäten und von Banken und von Militärs, ja, sich da Zutritt zu verschaffen. In den, ja, frühen 90er Jahren gab es noch nicht so richtig Security. Und die Jungs waren einfach ziemlich vorneweg und kamen da rein. Irgendwann mal wurden sie erwischt nach fünf Jahren oder so. Es gab ein längeres Strafverfahren. Und Assange wird dann als Kopf der Bande, gibt dann am Ende zu, 16 oder 18 Einbrüche in solche Großrechner von verschiedenen Institutionen. Und wird aber zu einer äußerst milden Strafe von 2000 australischen Dollar verurteilt. Weil der Richter sagt und feststellt, ja, er ist ja nicht aus betrügerischen oder Motiven der Bereicherung in diese Rechner eingebrochen, sondern aus intellektueller Wissbegierde. Und deshalb kam er mit so quasi einem Bußgeld davon. Und das war, 96 hat er diese Strafe gekriegt und dann 2007, also einige Jahre später, Wikileaks gegründet, was so heißt, weil er sich erhofft hat, so wie Wikipedia, die es da schon gab eine Weile, dass also ganz viele Leute zusammen der Schwarm, die Schwarmintelligenz sozusagen an Material arbeitet, wie dort für dieses Lexikon oder diese Enzyklopädie, dass so natürlich auch wunderbar die Leaks, die Whistleblower auf der Plattform hinterlegen, ja, bearbeitet werden können. Und das führte dann 2007 zur Gründung von dieser Plattform und schon bald danach dann eben auch dazu, dass Assange und Wikileaks verfolgt werden. Und namentlich von den USA und den Vereinigten Staaten, die da hinterher sind, ja, den Ruf von Wikileaks zu zerstören und möglichst den Gründer ins Gefängnis zu stecken. Was sind denn so seine größten Enthüllungen? Also er hat ja relativ harmlos angefangen, ja, da ging es um Kenia, da ging es um Scientology und die Barclays Bank. Er hat dann Protokolle der Bilderberg-Gruppe veröffentlicht von 1950 bis 1980. Was war, wo fing es deiner Meinung nach an, für ihn gefährlich zu werden? Na, 2008 schon hat er das Handbuch für Guantanamo veröffentlicht. Also dieses Handout, was die Soldaten und die Wärter sozusagen dieses illegalen Gefängnisses da auf einer kubanischen Insel kriegen. Und dass eben auch nicht nur den Skandal schlechthin, dass so ein illegales Gefängnis existiert, wo Leute drinnen verhaftet oder eingebuchtet sind, gegen die noch nicht mal eine Anklage vorliegt, geschweige denn ein vernünftiges rechtsstaatliches Verfahren. Da kam schon raus, dass auch 15-jährige Kinder in Guantanamo sitzen, dass Gefangene, wenn das Rote Kreuz kommt, ja, da weggestarrt werden, damit das Rote Kreuz davon nichts mitbekommt. Also das war schon das erste, ja, wirklich auch wichtige Dokument, was er veröffentlicht hat, um der Weltöffentlichkeit auch mal klarzumachen, ja, was passiert hier eigentlich in diesem illegalen Gefängnis. Und dann, zwei Jahre später, kam ja dann das Video, was Wikileaks und Assange dann weltberühmt und berüchtigt gemacht hat, Collateral Murder, was eben Aufzeichnungen eines Kampfhubschraubers im Irak zeigt, der mit seinen Maschinengewehren da insgesamt 18 Zivilisten einfach abmäht, erschießt, die in keinerlei Kampfhandlung oder irgendetwas verwickelt sind, Zivilisten. Darunter waren auch zwei Reuters-Journalisten, darunter waren Kinder. Und man hört auf dem Video dann auch, dass der eine Pilot sagt, da sind Kinder, ja, das, wieso nehmen die Kinder mit an die Front? Ja, der ist ja selber schuld, wenn er seine Kinder nimmt. Selber schuld, wenn er seine Kinder mit nimmt. Und der andere sagt, that's right. Und dann, blablabla. Also, erschreckend. Und das ist ja eines dieser Videos und eines der Dokumente, die von Bradley Manning, später Chelsea Manning, jetzt Chelsea Manning, dort runtergeladen wurden und Wikileaks zur Verfügung gestellt. Wie ist denn Bradley Manning da eigentlich rangekommen an dieses Video? Bradley Manning war ja ein einfacher Soldat, der in der Computerabteilung sozusagen der US-Army da, er war dann Analyst der Daten, die da über das Netz, die internen Militärnetze reinkommen, war im Irak stationiert, in einem hintersten Outpost irgendwo. Und er hat sich, ja, also psychisch völlig unwohl gefühlt da, diese ganze Macho-Haftigkeit der Fighter und der Krieger. Und die haben dann solche Videos wie Collateral Murder, ja, die Piloten, die haben das dann untereinander, ey, gestern hab ich irgendwie das und das in die Luft gejagt. Und dann haben die sich so auf CDs gebrannt und haben sich gegenseitig diese, ihre tollen, ihre besten Hits, ihre geilsten Morde ausgetauscht. Und das hat der Manning, das kann doch alles gar nicht sein. Er hat dann Daten wie diese runtergeladen. Er hat dann auch Stress gekriegt in seine Abteilung, wurde in die Poststelle versetzt. Und aus dieser, das ist ja nun wirklich so die unterste Dienstgrad, den man haben kann, der eine, der da die Post sortiert. Und von dem Rechner der Poststelle ist er irgendwie zig, hundertfach in die Rechner des Außenministeriums und des Militärs ins interne Militärnetz rein und hat da Materialien runtergeladen. Was auch keiner gemerkt hat im Übrigen. Also wenn einer aus der Poststelle hier jede Nacht oder jeden Tag Downloads macht, das ist keinem aufgefallen da. Und so kam Manning an dieses Material. 2010, 2009, 2010 hat das zuerst der New York Times und Washington Post angeboten als Whistleblower. Hallo, ich habe hier Material, da passieren schreckliche Verbrechen im Irak. Dieses Collateral Murder war nur das sozusagen exponentiellste, illustrativste. Noch viel anderes Zeug hat er ja da auch gehabt. Und die beiden großen Zeitschriften, Zeitungen, haben es abgelehnt. Kein Interesse. Und erst dann ist er zu Wikileaks gegangen und hat das Material dort deponiert. Und Assange und seine Leute haben es dann veröffentlicht. Und so ist Wikileaks sozusagen mit einem Schlag dann zu einer Marke und Welt bekannt geworden. Und hat danach aber auch noch ständig weiter hochbrisantes Material. Unter anderem die 250.000 Depeschen, also diplomatischen Kabel, die auch Manning runtergeladen hatte. Vom US-Außenministerium. Vom US-Außenministerium. Also, dass einer aus der Poststelle irgendwo im hintersten Irak auf die Rechner des Außenministeriums kommt und da nach Gusto runterladen kann und kein Schwein kriegt es mit. Also, als ich das recherchiert habe, hat er gesagt, Herr Kahn. Also, als Begründung, absurde Begründung in meinen Augen, gehen die Amerikaner an. Ja, nach dem 11. September, da kam immer der Vorwurf, ja, wir haben ja eigentlich genug Informationen, but we were not able to connect the dots. Also, wir konnten nicht so... Und deshalb mussten die Behörden dann enger zusammenarbeiten und deshalb kam man überall rein. Selbst aus der Poststelle aus dem hintersten Irak. Diese Leaks, die dann 2011, 2011 kamen, die haben dann auch dazu geführt, dass Assange sich dann zuerst an die großen Medien gewendet hat, weil er mit seiner kleinen Crew, mit den wenigen Vertrauten, mit denen er gearbeitet hat, überhaupt nicht in der Lage war, dieses Material zu sichten und dann auch zu bearbeiten. Was stand denn da so drin in diesen Depeschen von US-Außenministerium? Naja, ich habe im Buch ein Beispiel genannt, wie es dann auch, warum und wie es zu dem Konflikt kam zwischen Wikileaks und den großen Medien wie New York Times und Guardian. Sie hatten am Anfang diese 250.000 diplomatischen Depeschen, hatten sie gar nicht selbst veröffentlicht, sondern an den Guardian und die New York Times gegeben. Und dann festgestellt, nach einigen, nach kurzer Zeit schon, dann hatten auch andere Zeitungen das, also das war von da dann irgendwie, hat das die Runde gemacht, dieses Material. Und dann hat Wikileaks, und das Beispiel bringe ich dann da, und das schreibt dann auch Assange, gerät in Streit mit dem Redakteur des Guardian, ein Kabel über Kriminalität in Bulgarien. Also wie die bulgarische Regierung von Mafiosi unterwandert ist und wer da wie korrupt ist. Da hat der amerikanische Botschafter in Sofia eine ausführliche Depesche nach Hause geschickt und ich glaube, relativ langes Ding, 6.000 oder 7.000 Worte. Und der Guardian hat das dann publiziert, aber nur ein Viertel oder so knapp ein Viertel des ganzen Textes, hat den auch noch neu kombiniert und zusammengestellt und hat alle Namen rausgelassen. Nur ein russischer Oligarch blieb mit Namen dort genannt. Und dann hat Assange da wütend getwittert, oh, hier der Guardian, der manipuliert diese Depeschen. Und dann schreibt der Guardian-Redakteur zurück, Assange lügt schon wieder. Er weiß doch, dass wir vom Presserecht her gehalten sind, auf Namen zu verzichten. Dann Assange wieder zurückkehrt, das gilt offenbar aber nur für Bulgaren. Die Namen sind alle gestrichen. Der Russe ist noch drin. Also da kann man gut sehen, wie da zwei Prinzipien aufeinander prallen. Einerseits dieses radikale Transparenzprinzip von Wikileaks. Das Wikileaks sagt, hör zu, Whistleblower. Wenn du Ungereimtheiten, kriminelle Dinge, Korruption, Kriegsverbrechen in deiner Institution, deiner Behörde findest und das runterladen kannst, stellst bei uns rein, du bleibst 100% anonym. Wir wollen gar nicht wissen, wer du bist. Wir als Wikileaks checken nur, ist das Dokument, sind die Dokumente echt? Ja oder nein? Und wenn sie echt sind, dann nehmen wir nur die Namen von völlig Unbeteiligten, die werden geschwärzt und der Rest wird komplett veröffentlicht, ohne dass wir daran rumredigieren und so wie gerade geschildert, da nur bestimmte Aspekte zulassen. Und das war sozusagen der Konflikt zwischen Wikileaks und der Presse. Und das, was der Guardian in dem Fall, aber auch New York Times, andere dann vorschieben, ja, wir haben ja eine Verantwortung als Journalisten und wir können verklagt werden, wenn und so weiter. Das sind alles sozusagen Vorwände gewesen in meinen Augen und das zeige ich auch da ganz an dem Beispiel und an ein paar anderen in dem Buch, dass es den Medien natürlich nicht nur darum, Angst vor Klagen und so ging, sondern dass sie einfach auch eine Agenda haben. Wie man an dem Guardian-Beispiel schön sehen kann, ja, ein russischer Mafiosi, Oligarch, der bleibt drin mit Namen, alle anderen werden gestrichen. Ja, da will man das in eine bestimmte Richtung eben drehen oder driften. Und das hat zu dem Konflikt geführt und seitdem sind Assange und die Großmedien auch nicht mehr Best Friends, sondern, ja, Feinde kann man sagen. Und seitdem haben die großen Medien auch begonnen, sozusagen gegen Assange zu schießen. Er wurde dann in dem Moment so 2011 vom Helden und vom genialen, investigativen Hacker zum Bad Boy und zum bösen Jungen. Ich glaube, es war der Irakkrieg, als die Amerikaner ganz stark wieder angefangen haben, die Presseberichterstattung zu kontrollieren, indem sie die Journalisten embedded haben, so embedded journalists hieß das. Die haben dann sozusagen so frisierte, ja, Storys gekriegt. Wir gehen mal hier auf Streife, gucken mal so ein bisschen. Und dann hat er so Überlebens-Traming bekommen und hat sich dann gefühlt wie im Krieg. Und die wirklich krassen Bilder wurden auf die Art und Weise vor den Journalisten verborgen, weil man aus dem Vietnam-Debakel gelernt hatte. Und wie ungenehm der US-Regierung da die Veröffentlichungen von Wikileaks gekommen sein müssen. Ja, hier 2010 war es auch, als sie über 90.000 geheime Militärdokumente aus Afghanistan veröffentlicht haben, aus denen ja hervorgegangen ist, dass da viel mehr zivile Opfer sind, als sie dort überhaupt behaupten. Dass offiziell zugegeben oder angegeben waren. Ja, dann geht es weiter, 2014. Das ist das mit diesen TISA- und TTP-Handelsverträgen. Genau, da hat Wikileaks eben diese Geheimverträge oder TTIP und so, das war ja dann, hier gab es auch große Demonstrationen in Deutschland gegen diese Handelsverträge. Und Wikileaks waren die Ersten, die dann diese geheimen, gar noch nicht bekannten Zusätze zu diesem TTP-Vertrag. Ja, dass man in Zukunft Institutionen, Schiedsgerichte einrichten will, die die Streitigkeiten, die aus diesen Verträgen entstehen, dann verhandeln. Jenseits und über der normalen Gerichtsbarkeit, also es sollte sozusagen so... Geheime Schiedsgerichte, es waren das geheime Schiedsgerichte, die Nationalstaaten verklagen können auf Einhaltung von Handels... Ja, weil sich Nestle in irgendeinem Land benachteiligt fühlt, weil sie da nicht das Wasser privatisieren dürfen oder so. Dann kann ein geheimes Schiedsgericht dieses Land verklagen, weil dem Konzern dort seine Business-Möglichkeiten behindert werden. Also völlig groteske Gesetze, die, ja, aber in geheimen Zusätzen, das hat man ganz bewusst nicht gleich mit reingeschrieben, ja, weil dann jeder gesagt hat, wie, was, ihr spinnt wohl, ja. WikiLeaks hat das veröffentlicht. Es hat ja dann auch große Proteste eben gegeben. Mittlerweile ist es vom Tisch, weil Trump gesagt hat, machen wir nicht mehr. Wenn er es nicht gesagt hätte, wäre es wahrscheinlich jetzt so. Wäre es so, ja, genau. Und Deutschland hat ja auch noch nach diesen, das war doch eine der größten Demos, die es in den letzten Jahren überhaupt gab. Deutschland hat immer noch, die Merkel hat immer noch gesagt, ja, wir brauchen diese Verträge und so weiter und so weiter. Also da hat WikiLeaks auch massiv zur Aufklärung beigetragen. Und er hat auch beigetragen zur Aufklärung darüber, wie das so läuft bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen, dass also bei weitem nicht derjenige, der beliebteste Kandidat der jeweiligen Partei tatsächlich Präsidentschaftskandidat wird. Das war 2016. Ja, das war 2016. Die DNC, also Democratic National Congress Mails und auch die Mails von John Podesta, dem Wahlkampfchef von Obama und dann von Hillary Clinton. Und diese Veröffentlichungen auf WikiLeaks, die haben ja dann dazu geführt, dass Assange und auch seine Plattform irgendwie als Agenten Putins und als Fans von Trump stilisiert wurden. Das hat ja immer noch nicht ganz aufgehört, dieser ganze Russiagate-Film, der in Amerika da gespielt wurde. Also eine Idee von Hillary Clinton und von den Demokraten, nachdem sie so völlig überraschend gegen Trump die Wahl verloren hatten, da einen Sündenbock zu suchen. Und das waren jetzt die Russen, die sich hier illegal eingemischt haben, die uns gehackt haben und so weiter und so weiter. Assange hat immer gesagt, wir haben das Material nicht von Russland. Und in diesen Mails wurde zum Beispiel klar und deshalb auch dieser Hass auf Seiten der USA und vor allen Dingen auf Seiten der Demokraten, weil diese Veröffentlichungen ja dann schon einen entscheidenden Push gegeben haben, dass Clinton die Wahl verliert. Weil da rauskam, diese demokratische Partei hat den Bernie Sanders, der in der ganzen Beliebtheit und überhaupt weit vor Hillary lag, ja, die haben ihn da benachteiligt und haben getrickst und gemacht bei den Vorwahlen schon, um Clinton sozusagen da nach vorne zu bringen. Und in den Podesta-Mails, auch ein wunderbares Beispiel, ist dann eine dabei, wo der Podesta war ja vorher bei Obama, der Wahlkampfchef, der Stabschef, oder ich weiß gar nicht. Nee, der Wahlkampfchef. Ja, ja, jedenfalls, da schreibt dann irgendein CEO von der Citibank, glaube ich, ja, lieber John, das war direkt nach der Wahl von Obama, nachdem Obama gewählt war, lieber John, wie besprochen, haben wir hier mal eine kleine Liste aufgestellt, wer für die jeweiligen Ministerien in Frage kommt. Also der Wall-Street-Banker schreibt da neun Namen für die und die Ministerien und von den neun sind dann acht tatsächlich dann Minister geworden. Also da wird dann klar, ach so, die Wall-Street stellt eigentlich das Kabinett zusammen. Das ist nicht der Präsident, nicht Obama, der nette, sympathische, ja, Intellektuelle, bla bla. Nee, nee, aber er ist letztlich eine Wall-Street-Marionette und die Banker stellen ihm sein Kabinett zusammen. Das wurde aus diesen Mails ziemlich deutlich und da kann man, da kann man verstehen, also wenn uns das passiert wäre, als, ne, dass wir aber stinkend sauer wären auf diese Leute, was ist das für einer, dieser Assange? Hillary Clinton hat ja dann gesagt, ja, können wir den nicht einfach drohnen, ja, können wir den nicht einfach, ja, um die Ecke bringen? Ja, weil da, ähm, da kann man es, also werden die inneren Mechanismen des Machtapparates allzu deutlich für jedermann ersichtlich. Genau. Und die verlieren dann Vertrauen. So, und, 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 das, was Wikileaks da veröffentlicht hat, und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, der in der ganzen Debatte eigentlich auch ganz selten vorkommt, das ist kein Fake gewesen. Es sind alles echte E-Mails und es hat niemand gesagt, ach, das ist ja alles gefälscht. Wie viel sind das insgesamt? 1,5 Millionen Dokumente, ich habe die nicht persönlich gezählt, aber die Zahl wurde irgendwie irgendwo genannt, sind von Wikileaks veröffentlicht worden in zehn Jahren, elf Jahren und kein einziges davon hat sich als Fälschung erwiesen. Also es ist alles echt und wenn wir, wo wir jetzt hier gerade, ja, im Zeitalter von Fake News leben und in Amerika dieser Twitter-Präsident und die Medien sich gegenseitig Fake News vorwerfen, jeden Tag, da kann man doch nur sagen, hallo, eine publizistische Institution, Wikileaks, die anderthalb Millionen Dokumente veröffentlicht, von denen kein einziges falsch ist, hallo, das ist aber eine Qualität, da solltet ihr Großmedien, die ihr euch immer als seriös und qualitativ hochwertig darstellt, da solltet ihr euch mal einige Scheiben von abnehmen. Und die haben die, die haben die ja auch wirklich exzellent aufgearbeitet, die haben die ja nicht einfach auf den Server gehauen, sondern die haben die in ein Wiki eingetragen, mit Suchfunktionen, alles vertextet, mit Stich-, mit Tags, mit Stichwörtern, also so, dass es für jedermann einfach nachvollziehbar ist, was dort drin steht. Und das ist ja eben das eben schon genannte radikale Prinzip von Wikileaks und das Assange bis heute und ungebrochen vertritt, dass er sagt, Leute, Transparenz ist ein zentraler Punkt jeder Demokratie. In der Demokratie sind die Gewählten, die Regierenden, die sind gewählt, der eigentliche Souverän ist das Volk, das Wahlvolk, was seine Macht für eine gewisse Zeit an bestimmte Leute, an die Regierung, an die gewählten Volksvertreter delegiert. Und eben deswegen, weil die Macht gar nicht ihre ist, sondern nur geliehen. Deshalb müssen sie rechenschaftspflichtig sein und deshalb muss Demokratie auch transparent sein. Und Transparenz kann ich nur herstellen, wenn ich entweder völlig unabhängige, freie Medien habe. Ja, die brauchen wir. Deshalb steht in allen demokratischen Verfassungen der Pressefreiheit ein extrem hoher Rang zu. Ja, wenn die Medien nicht unabhängig sind, wenn die Medien sozusagen vom Staat abhängig sind und von der Regierung, wie sollen sie dann objektiv berichten? Wie sollen sie denn Kontrolleure der Medien sein? Geht nicht. Also deshalb, Medien stehen unter besonderem Schutz, haben besondere Rechte. Jedenfalls bislang noch. Da gibt es ja andere Planungen im Moment von den deutschen Innenministern. Und so weiter, genau. Aber in der Verfassung und in allen demokratischen Verfassungen, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Amerika, überall wird der Presse dieses Recht deshalb eingeräumt, als vierte Säule der Demokratie. Es gibt die exekutive, judikative, legislative. Ja, und dann gibt es die Medien. Die sind der Wachhund. Die sollen schauen, ob diese drei Instanzen korrekt arbeiten und so weiter. Und da jetzt man konstatieren muss, leider, 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 dass diese Unabhängigkeit der Medien überhaupt nicht mehr gegeben ist, weil sie in aller Regel zu großen Konzernen und so weiter gehören, weil auch unsere öffentlich-rechtlichen Medien von Parteien und wenigen Einflussnehmern letztlich kontrolliert sind und auch nicht mehr frei und unabhängig berichten. Deshalb war eigentlich so eine Erfindung wie Wikileaks das Gebot der Stunde. Wenn es keinen investigativen Journalismus mehr wirklich gibt oder nur noch sehr punktuell, der vorkommt in den etablierten Medien, ja, dann braucht es genauso was wie Wikileaks. Und das Buch heißt ja in der Überzeile Don't kill the messenger. Also bring nicht den Boten um, eine alte, schon seit der Antike sozusagen ausgegebene Parole, weil die Könige und Kaiser und Herrscher oft die Angewohnheit, die fiese hatten, den Boten der schlechten Nachrichten überbringten, Kopf kürzer zu machen. Und was hat Wikileaks gemacht? Was hat Julian Assange gemacht? Sie haben schlechte Nachrichten überbracht, den Herrschenden. Oder beziehungsweise sie haben sie eben nicht den Herrschenden überbracht, sie haben sie der Öffentlichkeit frei und kostenlos und suchbar zur Verfügung gestellt. Und dafür soll ihm jetzt der Kopf abgeschlagen werden. Das ist das Spiel, ja. Also wir halten fest, von 1,5 Millionen Dokumenten hat sich kein einziges als Fälschung rausgestellt. Und er hat damit wirklich wichtige Debatten angestoßen, zum Beispiel über die Kriegsverbrechen der Amerikaner, zum Beispiel über Überwachungsmaßnahmen der Geheimdienste und so weiter und so fort. Und hat deswegen auch relativ schnell Stress bekommen. Nicht erst, ich meine 2017 war eine der letzten großen Veröffentlichungen, Vault 7, diese internen CIA-Dokumente, aus denen hervorgeht, dass er verdeckte Hacking-Programme, Spionagesoftware dort bei der CIA am Laufen hat, mit denen Mobiltelefone, Smart-Fernseher und Computer im Auto angegriffen werden können. Und was übrigens echt interessant ist, dass also Computer im Auto, das heißt ja auch, man kann Autos von der Straße ablenken, wenn man das will. Genau, und vor allen Dingen der Megaskandal, dass da klar wurde, mit diesen Veröffentlichungen, Vault 7 genannt, ja, dass die Geheimdienste seit langem, seit langem, seit langem, bestimmte Sicherheitslücken im weit genutzten Programm von Microsoft und von anderen, jeder quasi auf seinem Rechner hat, da wussten sie, oh oh, da ist eine Lücke. Und sie haben sie nicht gemeldet, sondern haben sie ausgenutzt, um ihre eigenen Trojaner und Spionage-Programme, Malware und so, so auf Rechner schleusen zu können. Ja, also eine Riesensauerei. Und hat damit ja auch riskiert, dass gegnerische Geheimdienste genau solche... Das ist ja auch passiert, es ist diese Software, die, also das sind alles im höchsten Maße verdienstvolle Veröffentlichungen von Wikileaks, die aber jetzt in diesem ganzen Verfahren, also und auch in dem Umgang mit ihm seit Jahren, eigentlich, ja, zumindest von den Großmedien immer, ja, mal am Rande erwähnt werden, ja, ja, er hat über Kriegsverbrechen irgendwas veröffentlicht. Nein, er hat sehr viel mehr veröffentlicht und, das muss man auch immer hinzufügen, keineswegs nur Dinge aus den USA. Ja, ja, es wurden eben auch in Island zum Beispiel dieser Bankenskandal, der ja dann auch richtig Schub bekam und der dazu geführt hat, dass jetzt etliche Banker im Knast sitzen. Das muss man ja mal, das müsste ja hier auch passieren dringend, ja. Hat der nicht auch über Russland... Ja, Spy Files über Überwachung in Russland, Korruption in Kenia, Korruption in Peru. Also, es ist keineswegs nur die USA, aber die USA als, ja, sozusagen größte Weltmacht fühlen sich halt auch am stärksten, ja, betroffen, auf den Schlips getreten und auch, ja, wie sagt man, desavouiert ihre illegalen, kriminellen Geschäfte und auch solche Betrügereien, wie Hillary Clinton sie betrieben hat oder die Demokratische Partei gegen Bernie während des Wahlkampfs und so weiter. Das wird alles öffentlich und das ist natürlich hochnotpeinlich, ja. Und deshalb will man Wikileaks und will man Assange zum Schweigen bringen. Und das hat man spätestens 2010 versucht, ja. 2010. Da passiert was 2010. Julian Assange ist in Schweden. Julian Assange ist zu dem Zeitpunkt ein gefeierter, nennen wir es mal, Hacker-Popstar. Rockstar. Hat Rockstar. Er hat, wie das bei allen Rockstars so ist, natürlich jede Menge Frauengeschichten. und dort auch in Schweden einige Abenteuer erlebt. Ja, was genau ist da gewesen damals? Er wird eingeladen 2010 von der schwedischen Piratenpartei, weil die ihre Server in einem atomsicheren Bunker platziert hat. Die haben irgendeinen Bunker aufgetan und bieten Wikileaks an, Hallo, im Falle von Krieg und so, wäre doch vielleicht interessant. Und da guckt er sich das an mit den Jungs und Mädels von der Piratenpartei. Und dann wird ein Kongress da auch noch gleich, wo er als Redner vorgesehen ist, Wikileaks-Projekte vorstellt. Und eine der Mitorganisatoren, Organisatorinnen sagt, ach ja, ich bin drei Tage bei meiner Oma oder so, der kann bei mir im Apartment wohnen. Okay. Dann bezieht er das Apartment, ein winziges Apartment. Und dann kommt aber Anna, so heißt diese Frau, am 1. Mai, da ist jetzt was schiefgegangen, ich muss doch hier übernachten. Ja, jetzt ist das gerade, es gibt nur ein Bett. Das ist ja ein schlimmer Zufall. Schlimmer Zufall, schlimmer Zufall. Und dann gehen sie zusammen essen und dann kommt es auch zu intimem Verkehr. Die nächsten drei, vier Tage wohnt er dann bei ihr. Und dann auf der Konferenz lernt er eine andere Frau kennen, Sophie. Und die findet ihn auch gut und er sie auch. Dann zieht er zu Sophie. Und die beiden Frauen kennen sich auch. Und dann ruft Anna bei Sophie an und sagt, ja, ich will, dass der Kerl einen Aids-Test macht. Also da ist auch so eine Art Zickenkrieg erst mal am Laufen. Und dann ist er dann später von Sophie auch schon wieder woanders. Und dann treffen sich die beiden Frauen und sagen, ich will, dass der einen Aids-Test macht. Der hat ohne Kondom und so weiter. Und ja, ein Freund von mir, der ist Polizist. Lass uns da mal hingehen und fragen, ob man einen Aids-Test erzwingen kann. Und dann gehen sie zu den befreundeten Polizisten, die beiden Mädels, und erzählen ihm, was da so war. Und er sagt, erzwingen können wir nur etwas, wenn ihr eine Anzeige aufgebt. Und dann geben die was zu Protokoll. Und der Sophie wird es dann schon gleich irgendwie nicht geheuer. Und sie weigert sich von Anfang an. Nein, 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 das geht mir hier in eine falsche Richtung. Ich will nicht, dass der jetzt irgendwie juristische Schwierigkeiten kriegt. Und unterschreibt das Protokoll gar nicht. Und ist aber jetzt schon alles too late, weil am nächsten Tag, es ist sofort durchgestochen, steht es in Expressen der Bild-Zeitung von Schweden. Assange, Vergewaltigung, bla bla bla. Kurze Zwischenfrage. Ist das zutreffend, dass eine dieser Frauen mal von Kuba ausgewiesen worden ist, weil sie angeblich eine CIA-Agentin war? Ja, die hat, diese Anna, die hat dann auch bei, ja, die wollte, die hat beim Council of Foreign Relations ein Praktikum gemacht und wollte dann irgendwie zu einer NGO in Kuba. Und die Kubaner haben gesagt, nee, nee, CIA-Verdacht wollen wir erst gar nicht hier haben. Ja, die kam erst gar nicht rein. Wieso, der Council of Foreign Relations ist doch sowas von harmlos. Ja, das ist doch eine ganz seriöse Vereinigung. Also die Kubaner haben da schon mal abgewunken. Und sie war dann eben auch, sie hat bei Expressen, bei dieser Bild-Zeitung ein Praktikum gemacht. Und just bei der Zeitung landet am nächsten Tag durchgestochen, das, was die Frauen da und Riesen und Seiten. Seitdem geht dieser Vorwurf durch die Welt. Julian Assange ist ein gefährlicher Frauenschänder und so weiter und so weiter. Er geht dann, er wird dann in Schweden verhört. Er geht zur Staatsanwaltschaft, berichtet, was vorgefallen ist, erzählt alles. Die Anna hatte da eben als Beweisstück ein Kondom vorgelegt. Und ihre Aussage war, ja, wir haben zusammen geschlafen, es war einvernehmlich. Aber das Kondom ist dann kaputt gegangen und er hat trotzdem weitergemacht. Und hat ein kaputtes Kondom bei der Polizei als Beweis. Die Polizei hat das, wie es sich gehört, untersucht und hat keine DNA-Spuren, weder von Assange noch von der Frau gefunden. Ein tolles Beweisstück, sag ich da mal. Ja, ja, bei einem Kondom vor allem. Ja, ja, und also so kommt dieser Vergewaltigungsvorwurf in die Welt. Er lässt sich da, er wird da vernommen in Schweden, ist noch drei Wochen danach, ist er noch da. Ich wollte gerade sagen, also wenn da aber nichts gefunden wurde und so weiter, dann muss doch die Justiz dann in Schweden dann irgendwann mal gesagt haben, hier ist nichts. Genau, hier ist so. Und dann kriegt er eine Einladung nach Berlin und nach London und geht zur Oberstaatsanwaltschaft da. Und sagt, Leute, ich will jetzt hier reisen, ist das hier. Ja, ja, alles in Ordnung, Sie können fahren. Also es gab, um es klar zu sagen, es gab keine Anklage wegen Vergewaltigung. Nichts. Gar nichts. Es gab keine Anklage und es wurde ermittelt wegen dieser Geschichte zwar, aber er wird auch vernommen, er sagt dann aus, was vorgefallen ist, dass beide Frauen mit ihm einvernehmlich Sex hatten und dass, ja, er sich da keine Vorwürfe macht und die Staatsanwaltschaft macht ihm auch keine. Und als er dann Schweden verlassen will, geht er extra nochmal hin und fragt, wie ist es, ich möchte, ich will nicht hier. Ja, ja, ist alles in Ordnung, Sie können reisen. Und drei Tage später ist er in London und da liegt dann eine Red Notice, also ein internationaler Haftbefehl von Interpol. Weil eine Unterstaatsanwältin in Schweden jetzt wieder die Ermittlungen aufgenommen hat. Obwohl vorher ein Oberstaatsanwalt gesagt hat, nö, kannst ruhig fahren. Also da ist, da fängt die ganze Sache schon gehörig an, ja, übel zu riechen. Ja, noch übler wird es, Assange wird dann, kommt ein paar Tage in Haft in England, wird dann freigelassen mit einer Fußfessel und Schweden stellt einen Auslieferungsantrag. Nicht wegen Vergewaltigung oder wegen irgendwas, sondern weil er soll aussagen, es wird ermittelt gegen ihn, ja. Und das, obwohl er aber schon ausgesagt hat. Obwohl das eigentlich alles schon von höchsten Staatsanwaltskreisen erledigt und zu den Akten gelegt ist, wird das Ding auf einmal wieder hochgezogen und jetzt kommt ein Auslieferungsgesuch bei den Briten an. Und das wird verhandelt vor Gericht. Und das geht dann, das dauert dann zwei Jahre, geht durch drei Instanzen bis zum Supreme Court, also dem höchsten Gericht in England. Und die Anwälte von Assange argumentieren erstens, ja hier, hallo, das Verfahren ist doch längst eingestellt und wenn das jetzt wieder aufgenommen werden soll, dann kann doch die Staatsanwältin auch hier nach England kommen und Fragen stellen, mein Mandant ist bereit, jede Frage zu beantworten, er hat das alles doch geklärt. Und Punkt zwei, dieser Auslieferungsantrag, dieses Gesuch aus Schweden ist gar nicht gültig, weil es hat eine Staatsanwältin unterschrieben und laut EU-Auslieferungsrecht muss ein Auslieferungsersuchen von einer Judicial Authority, von einer juristischen Autorität, sprich von einem Gericht erlassen sein. Ja, nicht irgendein Staatsanwalt kann sagen, hier, Haftbefehl und so. Muss ein Gericht überprüfen, ob die, ne, so. Ist nicht passiert, also ist das nicht gültig, sagen die Anwälte. Erste Instanz lehnt es ab, zweite Instanz lehnt es ab. Dann im Supreme Court sagt der Richter am Ende in seinem Urteil. Also am obersten Gericht. Hohe höchste Gericht von England, sagt ein Richter, Lord Phillips mit Namen. Ich zitiere auch, also die Quelle, man kann das Urteil nachlesen. Absurd. Er sagt, ja, die Anwälte hier haben recht, Judicial Authority bezeichnet ein Gericht. Das heißt, nur Gerichte können Auslieferungen beantragen. Aber wenn wir die französische Übersetzung Autorité Judicial verwenden, da sind auch Staatsanwälte eingeschlossen. Also ein englisches Gericht bezieht sich auf eine französische Übersetzung, weil nach der englischen Übersetzung wäre der Antrag hier ungültig. Aber wenn wir die französische zu Rate ziehen, könnten wir den akzeptieren. Und in dem Moment, wo Assange das checkt, dass es hier nicht um eine tatsächliche Ermittlung und Anklage geht, sondern dass hier mit allen juristischen Mitteln getrickst und versucht wird, ihn nach Schweden und von da aus nach Amerika zu verfrachten, da flüchtet er sich dann und beantragt das Asyl und bekommt es dann auch in die äquatorianische Botschaft. Und jetzt, am 3. Juni 2019, er wurde ja jetzt im April aus der Botschaft verschleppt in ein Hochsicherheitsgefängnis, weil er gegen Meldeauflagen verstoßen hat, muss er da jetzt 50 Wochen absitzen im Hochsicherheitstrakt. Da kommen wir vielleicht nochmal zu. Aber jetzt hat ein schwedisches Gericht, vor zwei Jahren, 2017, haben die Schweden schon auch die Ermittlungen final eingestellt. Jetzt ist er verhaftet, jetzt hat man ihn sozusagen in England. Jetzt haben die Staatsanwälte, die Staatsanwältin da nochmal diesen Auslieferungsantrag formuliert. Dieses Mal aber, juristisch korrekt, das einem Gericht vorgelegt und gesagt, hallo Herr Richter, guck mal hier, das sind die Indizien. Und der Richter hat es ihnen vom Tischgewicht am 3. Juni 2019, hat ein schwedisches Gericht gesagt, wie, was, Haftbefehl, Auslieferung, also mit den Indizien, sorry, nee, also vergesst das mal. Also die schwedische Kiste ist damit gestorben und aus, die Maus. Sie war es eigentlich von Anfang an, weil da keine richtige... Da ist nichts. Ja, da war nichts. So, okay, also er ist irgendwann in die Botschaft geflüchtet. 2010 ist er in die äquadorianische Botschaft geflüchtet. Warum eigentlich ausgerechnet in die äquadorianische Botschaft? Ja, weil ihm der Präsident von Ecuador Asyl angeboten hat. Vielleicht mal zum Hintergrund, wie stand Ecuador damals zu den USA? Ecuador war natürlich sozusagen eine linke Regierung und ein linker Präsident. Und der hat das verstanden, dass Assange, also der weiß, wie sozusagen die CIA und die USA operieren. Und er hat verstanden, dass Assange tatsächlich in Gefahr ist, hier ausgeliefert zu werden. Er hat gesagt, okay, du kriegst bei mir Asyl. Und da saß er jetzt ja siebeneinhalb Jahre. Ja, weil es unmöglich war, die Botschaft zu verlassen. Sie hätten ja auch einfach sagen können in der Botschaft, hey, wir bringen dich nach Äquador. Ja, die Briten haben sofort gesagt, in dem Moment, wo er hier Botschaften... Don't kill the messenger. Weil man den Boten nicht umbringen soll, wenn er schlechte Nachrichten überbringt, haben wir heute Botschaften. Und die sind exterritoriale Zonen. Da hat nur unter ganz bestimmten Bedingungen darf der Staat, der diese Botschaft beherbergt, da auch zugreifen. Also die Botschafter sind ein Stück geschützt. Und so war jetzt auch Assange geschützt vor dem Zugriff von britischen, amerikanischen oder sonst wie. Und die Briten haben von Anfang an gesagt, sobald er einen Fuß raussetzt, haben wir ihn, ja. Und deshalb... Die Äquadorianer durften ihn nicht mal zum Flughafen bringen oder mit einem eigenen Hubschrauber... Nee, er durfte noch nicht mal, deshalb geht es ihm auch medizinisch jetzt gesundheitlich so schlecht, er durfte noch nicht mal die Botschaft verlassen, um zum Röntgen irgendwie zu gehen. Oder zum Zahnarzt, das muss man ja mal überlegen. Und so weiter und so weiter. Also er war auf einem Zimmer von 20 Quadratmetern siebeneinhalb Jahre eingesperrt. Das Essen kam aus dem Restaurant nebenan. Sie haben da notfalls eine Notdusche noch eingebaut, damit er sich da frisch machen kann. Und war sieben Jahre auf diesen 20 Quadratmetern. Das ist schlimmer als im Knast eigentlich, weil dort hat man wenigstens noch ein bisschen Auslauf. Ja, und da hast du Gesellschaft, da kannst du noch mal spielen vielleicht oder Schach spielen mit einem, nix. Er durfte dann Besuch empfangen die ersten Jahre, hatte auch Internet und war noch sozusagen online. Vor einem Jahr gab es eine neue Regierung, einen Regierungswechsel in Äquador. Und der neue Präsident, der sah das nicht mehr so wie sein Vorgänger, dass man den Assange schützen muss vor den Amerikanern. Und dann ist Folgendes passiert. Die Äquador, bekanntlich nicht eines der reichsten Länder, hat einen Antrag beim Internationalen Währungsfonds gestellt. Sie wollen noch mal dreieinhalb Milliarden Dollar Kredit da vom Währungsfonds. Der Währungsfonds, der hat ja dann immer, wissen wir auch, so ist das in neoliberalen Zeiten. Der guckt dann erst mal und sagt, ja, da müsst ihr aber erst mal die Renten kürzen oder die Ölindustrie privatisieren oder irgendwas. Das müsst ihr machen. Das haben die Äquadorianer dann nicht so zack, zack erledigt. Und deshalb hat der IWF gesagt, nö, also die dreieinhalb Milliarden, die kriegt ihr nicht. Ja, so. Und im Frühjahr jetzt, in diesem Frühjahr war Herr Bolten, der Sicherheitsberater von Trump und auch Herr Pompeo, der Außenminister, die waren in Äquador. Und haben dem neuen Präsidenten dann gesagt, hör mal, also ich weiß, ihr wollt die dreieinhalb Milliarden. Ja, der IWF will nicht, aber da könnten wir schon für sorgen, dass das klappt. Aber wir wollen was im Gegenzug, wir wollen Assange. Und ihr hebt das Asyl auf für ihn. Also Assange wurde wie einst, wie Jesus für 30 Silberlinge verraten, so wurde Assange für dreieinhalb Milliarden IWF-Kredit verraten. Und dann wurde Anfang April, haben die Äquadorianer den britischen Polizeibehörden erlaubt, ihn da aus der Botschaft rauszuholen und ins Gefängnis zu werfen. Und so ist es gelaufen. Jetzt sitzt er im Hochsicherheitsgefängnis Bellmarsh bei London von einigen britischen Aktivisten, als das Guantanamo des UK bezeichnet. Und er hat auch eine drakonische Strafe bekommen dafür, dass er nur gegen Bewährungsauflagen verstoßen wird. Er hat gegen die Meldeauflagen verstoßen und hat dafür eine Strafe von 50 Wochen bekommen. Also knapp ein Jahr. Knapp ein Jahr. Ein oder zwei Tage später haben sie einen Entlaufenden, der wegen Totschlag, der hat irgendwie... Der hat jemanden umgefahren, glaube ich. Der hat hier mit seiner Superjacht irgend so ein Computermillionär, der mit seiner Superjacht irgendwie jemanden totgefahren hat und abgehauen ist, der verurteilt ist deswegen. Und der hat sich auch verkrümelt. Und den haben sie dann irgendwo erwischt im Ausland. Und der kam nach Hause und der hatte irgendwie 20 Wochen. Also wir halten nochmal kurz fest, also jemand, der eingesperrt ist, wegen dem Verstoß gegen die Meldeauflagen, die ja dadurch zustande gekommen ist, weil er in der Botschaft war. Ja, er war ja gar nicht weg. Er war ja eigentlich nicht weg. Die wussten, wo er war. Er konnte eben nicht zur Polizei gehen, weil er politisches Asyl in der äquatorianischen Botschaft hatte. Genau. Das ist also der einzige Verstoß, der gegen ihn da geltend gemacht wurde. Der einzige Verstoß gegen kritische Gesetze. Deswegen kriegt er 50 Wochen Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis, wo Mörder und sowas rumlaufen. Und ein anderer, ein Millionär, der jemanden totgefahren hat, der kriegt 20 Wochen für dasselbe Vergehen gegen Meldeauflagen. Und sitzt aber nicht in Belmarsch. Nö, nö, nö. Und ja, an diesem ganzen Verfahren, sowohl diese schwedische Klage und Auslieferungsersuchung, als auch der Art und Weise, wie die britische Justiz sich da gebärdet. Und auch jetzt, nachdem sie ihn dann am 11. April da rausgeschleppt haben, wie sie sich jetzt aufführt. Die Richterin hat bei dem ersten Haftprüfungstermin gesagt, hat ihn, ja, sie sind ein arroganter Narzisst und sonst irgendwie. Also, das hat mit einem, das ganze Verfahren gegen Assange hat mit einem fairen rechtsstaatlichen Verfahren überhaupt nichts mehr zu tun. Er wird behandelt wie ein Schwerkrimineller. Er hat aber überhaupt keine Verbrechen begangen. Die Anklageschrift aus USA, zu der müssen wir ja jetzt kommen. Moment, ich wollte erst mal fragen, was ist eigentlich mit Australien? Er ist doch australischer Staatsbürger. Da müsste dann nicht die australische Regierung darauf drängen, dass ihr Staatsbürger dort ein faires rechtsstaatliches... Müsste sie eigentlich. Es gibt auch Initiativen für Julian Assange und Caitlin Johnson, deren Texte wir ja auch im Buch haben, die sich mit den ganzen Verleumdungen auseinandersetzen. Sie ist ja eine Australierin, also es gibt schon ein paar Aktivisten, die sich da engagieren und auch, ich glaube, ein paar aus dem politischen Spektrum. Aber im Prinzip ist Australien, gehört zu den Five Eyes sozusagen, ist halt dick mit CIA und USA und ist eine sehr konservative Regierung. Die sehen irgendwie keinen besonderen Anlass, ihren Staatsbürger zu schützen oder da rauszuholen. Und ja, die Briten, denen obliegt es jetzt, darüber zu entscheiden, ob diesem Auslieferungsersuchen aus Amerika mit 18 Anklagepunkten, den Anklagepunkten, die der Court of Virginia da jetzt erlassen hat gegen Assange, zu entscheiden, ob sie ihn ausliefern. Und das ist ja jetzt der Elefant im Raum eigentlich, muss man sagen, denn das Auslieferungsgesuch wurde erst eigentlich wegen relativ, relativen Bagatelldelikten gestellt. Da haben die Presse noch, was war es eigentlich? Erzähl. Naja, es war, anfangs war es nur ein einziger Anklagepunkt, nämlich, dass Julian Assange dem Bradley Chelsea Manning geholfen haben soll und Conspiracy, also Verschwörung zum Einbruch in Computer, also zum Hacken, angestiftet und geholfen haben soll. Das ist ein Vergehen, was mit maximal fünf Jahren Haft belegt ist in den USA. So, und jetzt aber, dann Anfang Mai, haben die USA ihre Anklage und ihren Auslieferungsersuchen nochmal erweitert und präzisiert. Und jetzt sind es 18 Anklagepunkte, 17 weitere zu dem genannten. Und diese 17, die sind alle nach dem Espionage-Act, also dem Spionage-Gesetz, was 1917 im Ersten Weltkrieg erlassen wurde. Also ein über 100 Jahre altes Gesetz. Ein über 100 Jahre altes Gesetz, was in der Zwischenzeit schon mehrfach auch erweitert und geändert wurde und so weiter. Aber nachdem noch nie ein Journalist angeklagt worden ist. Das ist, wie der Name sagt, ein Spionage-Gesetz, nachdem Spione angeklagt werden können. Und diese 18 Punkte, 17 Punkte dann betreffen einzig und allein die Publikationen von Wikileaks. Also da wird dann gesagt, er hat die vorhin erwähnten Afghanistan-Warlogs, also die Dokumente aus dem Afghanistan-Krieg veröffentlicht. Er hat die Dokumente aus dem Irak-Krieg veröffentlicht. Also es geht einzig und allein in diesen Punkten um die Veröffentlichung. Und dass man ihn jetzt anklagen kann, überhaupt, nach diesem Gesetz, das geht nur, indem man ihn abstreitet, indem man abstreitet, dass es sich hier um Journalismus handelt und dass es sich bei Julian Assange um einen Publizisten, Journalisten, Verleger, also jemand, der im Bereich der Presse tätig ist, dass man das abstreitet und sagt, er ist ein feindlicher Spion. Man definiert sozusagen den Journalisten und Publizisten Julian Assange, der überhaupt nicht spioniert hat irgendwo. Der hat nicht selber irgendwo sich Material besorgt oder abfotografiert oder was so Spione eben tun. Nein, er hat eine publizistische Plattform, auf denen er das, was andere Spione, Whistleblower zur Verfügung gestellt haben, publiziert haben. Er ist ein Publizist. Er hat nichts anderes getan als Verlage, als Zeitungen, als Medien tun. Er hat Material, was er nicht selbst recherchiert hat, was andere recherchiert haben, publiziert. Und dass man ihn jetzt anklagen kann mit insgesamt 175 Jahren Haft belegen, wenn alle 18 Anklagepunkte durchgehen und er danach verurteilt wird, muss er 175 Jahre ins Gefängnis. Er könnte sogar die Todesstrafe kriegen, wenn die Anklage noch erweitert wird. So, und würde er denn dann ausgeliefert werden von Großbritannien? Also, wenn es nach, ich bin kein Jurist, ich bin auch kein Völkerrechtler, Strafrechtler, der das im Detail beurteilen kann. Aber es kommt ja jetzt möglicherweise der harte Brexit, dann ist ja noch die Frage, gelten überhaupt die EU-Auslieferungsbedingungen dann noch für Großbritannien? Vermutlich ja, weil er ja zum Zeitpunkt seiner Festnahme, waren ja noch diese Gesetze gültig. Also, nach den EU-Regeln, die eben auch für England gelten, darf jemand nicht ausgeliefert werden, wenn kein faires Verfahren, kein in unserem Sinne rechtsstaatliches Verfahren gewährleistet ist in diesem Land, was die Auslieferung beantragt. Und wenn man sich den ganzen Fall anschaut, dann kann man das nur bejahen. Dann kann man nur sagen, ja, ein faires Verfahren hat Herr Assange mit Sicherheit nicht zu erwarten, weil er ist als Spion angeklagt, obwohl er doch ein Journalist ist. Und nur mit dieser Wollte sozusagen, mit dieser Wende, dass man sagt, ja, das hat alles mit Journalismus und mit Presse und mit Medien gar nichts zu tun, was Wikileaks macht. Es ist ein, wie Pompeo, der Außenminister, das ist ein feindlicher Geheimdienst. Es ist ein Geheimdienst. Und wer ist denn der Feind? Ein feindlicher Geheimdienst? Also ein Geheimdienst kann eigentlich nur eine staatliche Organisation sein oder sowas. Wer sollte denn der Feind sein? Also Assange ist ein Feind der USA und Wikileaks ist ein feindlicher Geheimdienst, der gegen die USA arbeitet. Das ist die These von Pompeo. Schon unter Obama haben die Juristen, seit 2008 ist man ja im Pentagon und es gibt sogar eine Taskforce, die da Wikileaks, wie kriegen wir die kleinen, wie machen wir die unglaubwürdig und wie kriegen wir ihren Gründer. Zum einen unglaubwürdig gemacht, das passiert mit diesen ganzen Diffamierungen und zum anderen, ja, wie machen wir ihren Mund tot. Und das läuft schon ganz lange in Amerika und jetzt, die Anklage war ja auch erstmal geheim, diese Anklagepunkte, die mussten sie jetzt publizieren, um dem britischen Auslieferungsgericht da ein paar Punkte an die Hand zu geben. Und die sind meines Erachtens so, wie gesagt, das müssen Juristen jetzt entscheiden, aber nachdem ich mir angeschaut habe, wie der Supreme Court da in diesem schwedischen Fall, also eine Winkeladvokatie hoch vier und mit also übelsten linguistischen Gymnastiken hat man da jetzt dann damals schon diesen schwedischen Antrag überhaupt akzeptiert. Und deshalb steht zu befürchten, dass das Verfahren, was dann jetzt im Februar wird das Beginn... Das Auslieferungsverfahren. Das Auslieferungsverfahren, dass da die britische Justiz wiederum, ja, mit allen Winkelzügen, man muss sich ja immer noch den Anschein geben, als dass man nach den Buchstaben des Gesetzes und nach Recht und Ordnung, und das hat jetzt alles seine Ordnung. Aber wenn man sich hier die ganze juristische Verfolgung von Julian Assange anschaut in den letzten zehn Jahren oder acht Jahren, dann muss man verleute. Also mit einem fairen rechtsstaatlichen Verfahren und mit ordentlichen Ermittlungen hat das nichts zu tun. Und deshalb habe ich die große Befürchtung, ehrlich gesagt, dass auch die Richter, die britischen Richter jetzt sich nicht ordentlich benehmen, also sprich nach den Buchstaben ihres Gesetzes, das überprüfen und sie haben einen Ermessensspielraum. Jeder Richter urteilt am Ende nach Ermessen und sagt dann, naja, also was da in den USA bisher vorgefallen ist, ja, dass es so ein Gefängnis wie Guantanamo gibt, wo man ihn ja auch reinstecken könnte, ohne Anklage, ohne irgendwas, da sitzen ja, das wollte Obama zumachen, hat er nicht, Trump macht es erst recht nicht. Also das ist doch kein Land, in dem wir guten Gewissens einen Menschen ausliefern können, in der Hoffnung, dass er da ein faires Verfahren kriegt, ja. Also ich bin da, habe da große Sorge, dass die britischen Richter da weiter mitspielen bei dem, was das US-Imperium auch mit Druck von ihnen verlangt. Deshalb kann eigentlich die Forderung nur lauten, an die EU, auch an Deutschland, Leute, Julian Assange hat keine Verbrechen begangen, er hat Verbrechen aufgedeckt. Er hat die Öffentlichkeit nicht belogen, betrogen oder sonst wie ihr geschadet, sondern er hat ihr genützt, er hat ihr geholfen, er hat Dinge publiziert, die kriminell sind bei unseren Regierenden und bei unseren Militärs und so. Und dafür darf der nicht ausgeliefert werden und wir sollten ihm hier in Deutschland und in der EU Asyl gewähren, wenn die Briten es nicht tun. So, jetzt kommen wir doch nochmal zu den Haftbedingungen. Julian Assange hat ja erstmal, als er in diesem Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh Prison angekommen war, erstmal eine Weile gar keinen Besuch empfangen dürfen und hat dann Besuch bekommen, unter anderem von Pamela Anderson, einer amerikanischen Schauspielerin, die sehr bekannt war für ihre Rolle in Baywatch und auch für gewisse andere Videos. Und Pamela Anderson hat schon gesagt, sie macht sich Sorgen um den Gesundheitszustand, von Julian Assange. Was gibt es denn da jetzt eigentlich Neues? Wie geht es Julian Assange? Wen hat er noch als Besucher empfangen? Also, es geht ihm schlecht. Pamela Anderson ist ja eine, ja, die meisten kennen sie nur als Baywatch Busenwunder oder so, ist aber wirklich eine sehr engagierte, sehr gute politische Aktivistin, die sich schon lange für Wikileaks und für Assange eingesetzt hat und die dann schon moniert hat. Sie war die Erste sozusagen, die ihn da besucht hat, dass es ihm gesundheitlich sehr schlecht geht, was man gut nachvollziehen kann. Ein Mensch, der seit sieben Jahren keine Sonne gesehen hat, weil er sich in einem Zimmer aufhalten muss und jetzt in so einem Knast sitzt, wo er 23,5 Stunden in der Zelle sitzen muss alleine und dann ist so ein kurzer Umschluss. Und dann, es gibt ein Schreiben von ihm, seit er jetzt inhaftiert ist, das habe ich auch zitiert an einen Freund, schreibt er da, ja, er ist isoliert und er darf keine Telefonate, also er hat natürlich kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet. Er soll sich jetzt auf das Verfahren vorbereiten, muss er ja auch. Ja, wie soll er das bitte schön, wenn er noch nicht mal die Gerichtsakten, die ja heutzutage auch alle als PDF, da kommt ja nicht jetzt einer mit einem Schubkarren Akten reingefahren, wenn er noch nicht mal Zugang zum Netz hat, wenn er noch nicht mal einen Computer da hat. Ja, also das ist schrecklich. Und jetzt war der Ai Weiwei, der chinesische Künstler bei ihm. Assange liegt seit vier Wochen auf der Krankenstation von diesem Gefängnis. Er hat knapp zehn Kilo abgenommen. Es geht ihm wirklich schlecht. Und deshalb kann eigentlich die Forderung nur lauten, Leute, ihr könnt diesen Mann, der keine Verbrechen begangen hat, der in Amerika nur angeklagt ist, weil sie als Spion ihn definieren, obwohl er doch ein Journalist ist, den könnt ihr nicht unter diesen Bedingungen weiter festhalten. Und das hat ja eben jetzt auch am 9. Mai in einem, ja, man kann schon sagen kämpferischen Statement der Folterbeauftragte Sonderberichterstatter des Hochkommissariats für Menschenrechte der Vereinten Nationen, Nils Melser, ein Schweizer Staatsrechtler, Professor, seit 20 Jahren für die UN tätig, wenn es um Verletzung von Folter, also Verletzung von Menschenrechten und um Folter geht. Und der hat am 9. Mai, der hat Assange besucht mit zwei medizinischen Experten und hat ein Statement veröffentlicht, was sagt, er muss diese kollektive Verfolgung von Assange aus mehreren Ländern und mit Methoden, die überhaupt nicht zu akzeptieren sind, die muss sofort beendet werden und es ist psychologische Folter, was hier stattfindet und er hat in 20 Jahren Arbeit für die Vereinten Nationen und eben im Zusammenhang mit Menschenrechten und mit Folter so etwas noch nie erlebt. Und das sagt der Folterbeauftragte der Vereinten Nationen. Stell dir doch mal eine Sekunde nur vor oder eine Minute, dass in China oder in Russland ein Journalist in Haft ist, der über Kriegsverbrechen der jeweiligen Armee, über Korruption, über betrügerische Wahlen und so weiter publiziert hat und der wird von Putin oder Xi oder von irgendeinem anderen Land in das Gefängnis, in ein Hochsicherheitsknast, darf keine Besuche empfangen, wird isoliert. Und jetzt kommt der UN-Folterbeauftragte und stellt fest, das ist Folter, was hier passiert. Der Mann muss sofort freigelassen. Was wäre hier los in den Medien? Also, ja, neulich ist in Russland da so irgendein Blogger verhaftet worden. Da haben sie auch noch so irgendwie Ecstasy oder ein paar Pillen bei ihm im Rucksack gefunden. Und der steht jetzt unter Hausarrest. Das waren sofort Artikel. Oh, Putin schlägt schon wieder zu gegen den freien Journalismus. Aber wie gegen Assange zugeschlagen wird, der gehalten wird da in einem Knast unter extremen Bedingungen, den man sieben Jahre nicht aus dem Haus gelassen hat und der noch nicht mal zum Arzt gehen konnte, das stört hier gar niemanden. Da regt sich keiner drüber auf. Und wir lesen nichts in der deutschen Presse darüber großartig. Dieser UN-Sonderberichterstatter hat ja auch gesagt, sie haben ein Protokoll angewendet, um die Folgen von psychologischer Traumata, nein, also Folter zu eruieren. Das ist also ein anerkanntes Protokoll oder einen anerkannten Ablauf, was sie da... Und sie haben eindeutig Spuren von psychologischer Folter bei ihm festgestellt. Und eben den Folgen, dass es ihm jetzt gesundheitlich schlecht geht, dass er jetzt seelisch und körperlich immer stärker unter Druck steht und jetzt eben auf der Krankenstation da nur noch gepflegt werden kann. Und konnte nicht mal an der Verhandlung teilnehmen. Die Anwälte haben gesagt, hör mal, der ist gar nicht mehr im Moment in der Lage, länger als fünf Minuten irgendwie konzentriert irgendeinem Diskurs zu folgen. Also das sind unmenschliche Bedingungen, die sind festgestellt von der UN und von einem neutralen Beobachter. Also jetzt niemand, der ein Fan wie Pamela Anderson oder so eine Supporterin von Assange ist, sondern... Und der Meltzer, der hat auch, das kann man sich im Internet auch anschauen, ein Statement von ihm sagt er, ja, als die Anwälte von Assange haben ihn aufmerksam gemacht, hallo, da müsst ihr doch mal vom Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen mal gucken, was hier passiert, das ist doch nicht in Ordnung. Und dann sagt er, ja, als sie dann zu mir kamen, dachte ich auch, ach, der Typ und der ist da wegen Vergewaltigung und mir ist das alles irgendwie... war ihm nicht geheuer, weil er eben auch von diesen ganzen Verleumdungen, die über Assange kursieren, betroffen ist und... oder die auch irgendwie am Rande oder auch unbewusst wahrgenommen hat. Und deshalb hat er abgelehnt am Anfang, sich da zu kümmern oder das sein Büro. Und dann sagt er, ja, aber sobald man anfängt, hinter diese Oberfläche oder unter dieser Oberfläche nur mal leicht zu kratzen, dann sieht man sofort, hier ist, ja, sowohl was die Rechtsstaatlichkeit angeht, als auch was die Menschenrechte angeht, ist es ein Skandal sondergleich. Und er hat das dann getan, er hat dann unter die Oberfläche mal geguckt und hat alle diese Dinge dann in seinem Protokoll, was eben auf der Seite der UN auch veröffentlicht ist. Und wie ich eben schon gesagt habe, stellt euch das vor in irgendeinem anderen Land. Da wird hier ganz anders drüber berichtet werden. Reden wir doch mal über die anderen Beteiligten, reden wir doch mal über Bradley Manning, der ist ja jetzt schon seit einiger Zeit eine Frau, es heißt jetzt Chelsea Manning. Und Chelsea Manning saß lange Zeit im Gefängnis dafür, dass sie diese Militärunterlagen, diese Militärinformationen an WikiLeaks weitergeleitet hat. Ist dann begnadigt worden von Obama, lebte dann eigentlich als freie Frau. Ja. Und was ist dann passiert? Naja, dann wurde Assange verhaftet. Und dann wird Chelsea Manning auf einmal wieder in Haft genommen. Sie soll vor einer geheimen Grand Jury, so geheime Gerichte, die sind schon immer, da kann man auch schon merken, es ist so richtig koscher, kann das nicht sein. Gerichtsverhandlungen sind immer öffentlich. Sie soll vor einer geheimen Grand Jury aussagen. Und Manning hat gesagt, hallo, sie hat ja ihr Verfahren hinter sich und ist begnadigt mittlerweile. Ich habe alles ausgesagt, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Sie wollen, dass Chelsea Manning Ihnen irgendwie Argumente liefert gegen Julian Assange. Und Manning hat sich geweigert, kam dann vier Wochen in Beugehaft danach. Die Beugehaft darf immer nur 30 Tage sein. Danach kam sie wieder raus. Zwei Tage später kommt wieder die Vorladung zu dieser geheimen Grand Jury, zu diesem Geheimgericht. Da haben wir ja auch eine Aussage, einen O-Ton von Chelsea Manning, kurz bevor sie dort wieder reingeht, wo sie sagt, ich werde auf keinen Fall mich dieser Sache hier beugen, ich werde nicht aussagen. Hat ein kämpferisches Statement, großartig, diese Frau, ja, abgelassen. Hat gesagt, nein, hört mal, ich habe alles gesagt und mehr ist nicht. Und sie wollen jetzt natürlich da Chelsea Manning sozusagen mit Gewalt, im Mittelalter nannte man das Daumenschrauben, ja, die hat man den Leuten angelegt, dass sie irgendwas aussagen, das, was die Inquisitoren hören wollen. Und nichts anderes geht es jetzt. Folgehaft ist jetzt noch verschärft worden, ne? Folgehaft ist verschärft worden, wenn sie jetzt nach 30 Tagen ist sie wieder rausgekommen und jetzt soll sie 500 Dollar pro Tag zahlen, wo sie nicht vor Gericht erscheint. Und nach vier Wochen 1000 Dollar pro Tag. Jetzt wird versucht, sie materiell zu ruinieren, einfach vollkommen. Und ja, wer sich mit dem Mittelalter und der Inquisition im Mittelalter beschäftigt hat, dem kommt das alles irgendwie sowas von bekannt und parallel vor. Ist das überhaupt legal? Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das legal ist in Amerika, dass dann, wenn die Beugehaft auch nicht funktioniert, dass dann man dann hier mit solchen Ultra vor allem für eine Sache, für die sie ja schon ausgesagt hat. Ja, also offenbar ist es legal. Ich kenne die amerikanischen Gesetze nicht so gut. Man will sie zu einer Aussage zwingen. Man will sie, ja, und das zeigt ja, wie wenig man überhaupt in der Hand hat gegen Assange. Wie schon gesagt, Obamas Juristen haben ja gesagt, wir klagen die nicht an wegen Spionage. Weil da müssten doch ja auch die New York Times, Washington Post, alle, die die Wikileaks-Dokumente ja veröffentlicht haben, die haben sich ja genauso schuldig gemacht. Wieso denn dann nur ihn? Deshalb hat die Obama-Regierung vor diesen Anklagen, vor dieser Anklage nach diesem Gesetz, so die Juristen haben gesagt, oh Leute, das stößt zusammen mit dem First Amendment, also mit dem Verfassungsgrundsatz der Presse- und Meinungsfreiheit. Das können wir nicht machen. Und unter Trump, der hat es mit der Presse- und Meinungsfreiheit eh nicht so und twittert, wie ihm gerade der Schnabel gewachsen ist, hat man jetzt offenbar gesagt, komm, das machen wir jetzt. Ist denn Manning die einzige, auf die die amerikanische Justiz versucht zuzugreifen, um weiteres erhärtendes Material gegen Assange zu bringen? Nee, nee, man hat ja auch hier gegen zwei in Deutschland lebende, ehemalige Mitarbeiter, den Domscheid Berg und den Jacob Applebaum, die haben Schreiben gekriegt, schon vor dem Jahr, von der US-Justiz, ja, sie sollten doch jetzt bitte aussagen. Und wenn sie nicht aussagen, dann würde man ihre Auslieferung beantragen, also auch so Drohgebärden, um irgendwelche Ex-Mitarbeiter von Assange noch zu irgendwelchen, ja, Aussagen zu erpressen. Also wohlgemerkt gegen Leute, die in Deutschland leben. Ja, ja, die hier in Deutschland leben und da wird gesagt, hör zu, wenn du nicht aussagen willst, dann holen wir dich. Ja, also das wird nicht erfolgen, nehme ich mal an. Also unsere deutsche Justiz, ein bisschen selbstständig ist sie ja auch noch und wird das nicht zulassen. Aber da sieht man dran, mit welchen, also wie jetzt an der Verfolgung von Assange oder auch an dem daran gearbeitet wird, dass man juristische Mittel gegen ihn in die Hand kriegt, weil man hat nichts in der Hand. Was hat Julian Assange getan? Nein, ich habe es eben schon mal gesagt, er hat publiziert, er hat nichts anderes gemacht als Journalisten auch tun und ihn jetzt umzudefinieren in einen Nicht-Journalisten und zu behaupten, er ist ein Spion, das ist absurd und das kann und darf nicht durchgehen, weil was bedeutet das, wenn das durchgeht? Das heißt, wenn Assange nach dieser Anklage ausgeliefert und verurteilt wird in Amerika, ganz egal, ob es 175 oder man lässt ihm nochmal 30 Jahre nach und es sind nur 145, wenn so ein Urteil erfolgt, dann bedeutet das, dass kein Journalist, kein Publizist, kein Verleger irgendwo auf der Welt mehr etwas veröffentlichen kann, was die US-Regierung als geheim einstuft, ohne zu befürchten, am nächsten Tag irgendwie einen internationalen Haftbefehl zu kriegen. Ja, wir beantragen Auslieferungen, weil der, der ist kein Verleger, der ist kein Journalist, der ist Spion und der hat Dinge veröffentlicht, die uns im Imperium hier nicht in Kram passen und deshalb wollen wir seinen Kopf. Also, wenn das Assange-Urteil durchgeht und es ist tatsächlich, und das muss man allen Menschen sagen, die irgendwas mit Medien, irgendwas mit Presse, mit Journalismus, mit Veröffentlichungen zu tun haben, auch mit den Buchverlagen und den Fernsehsendern und egal, wo sie publizieren und wie sie publizieren, das betrifft euch und zwar im Kern eures Geschäfts und das hier ist ein Präzedenzfall, weil seit 102 Jahren, seit es diesen Spionagegesetz gibt, ist noch nie ein Journalist danach verurteilt worden. Und jetzt soll hier ein Präzedenzfall geschaffen werden mit Assange und wenn der durchgeht, ja, dann gute Nacht Pressefreiheit, dann ist Schluss mit lustig. Müsste man ja eigentlich annehmen, dass das jetzt allen Journalisten auch klar ist, aber du hast ja auch die Medienlandschaft beobachtet. Wie sind so die Reaktionen auf dieses ganze Verfahren? Ja, es ist erschreckend. Ich weiß nicht, ob die alle, ja, ob die Kolleginnen und Kollegen in den Medien, die sind, ich will die ja gar nicht alle jetzt in die Pfanne hauen. Ich frage mich, haben die den Schuss noch nicht gehört, um was es hier wirklich geht? In diesem internationalen Präzedenzfall haben die es noch gar nicht gecheckt, ja, dass sie auch betroffen sind. Und wenn morgen irgendwie jemand kommt, der ihnen irgendwelche Informationen aus Amerika zuspielt, sie können, und sie es publizieren, dass ihnen dann genau dasselbe drohen kann. Ja, also wer sich als Journalist noch ernst nimmt, wer sich nicht als Teil einer belanglosen internationalen Unterhaltungsindustrie versteht, sondern ja, so versteht, wie Journalisten auch in der Verfassung und in unserer Rechtsordnung definiert sind, nämlich als Wachhunde und Kontrolleure der Mächtigen, ja, der muss jetzt eigentlich auf die Barrikaden gehen und sagen, diese Auslieferung Assanges und eine Verurteilung nach dieser Anklage, die darf nicht erfolgen. Das widerspricht auch unserer Verfassung. Dieser Mann ist Journalist und Publizist und kein Spion. Er hat nirgendwo etwas gestohlen, er hat nirgendwo betrogen, er hat keine Fälschung oder sowas veröffentlicht, sondern er hat die Wahrheit publiziert und das ist auch nachgewiesen. Kein Dokument ist eine Fälschung und deshalb ihn als Spion zu definieren, ist ein Unding. Das darf nicht sein, sonst ist dann irgendwie jeder Spion, der irgendetwas publiziert, was den USA nicht in Kram passt, der wird als Spion und zack. Die Amerikaner wollen ihn wegsperren. Was forderst du für Julian Assange? Ich fordere jetzt als erstes, dass er aus diesem Isolationsgefängnis rauskommt, sobald er sich erholt hat. Als zweites, dass er in einem Sanatorium, Krankenhaus seiner Wahl mit einer Fußfessel, meine Talben, seine Reststrafe absitzen kann. Auch in England gibt es ja sowas wie zwei Drittel, also du kommst dann irgendwann raus. Das heißt, sie müssten ihn sowieso jetzt irgendwann rauslassen. Weglaufen wird er nicht. Dass man ihm ermöglicht, sich anständig auf seinen Prozess vorzubereiten. Dafür braucht er Internet. Es geht um nichts anderes in diesem Verfahren. Und dann denke ich, wäre die internationale Öffentlichkeit gefordert, wenn sie einsieht und auch die Argumente einsieht, die ich hier in dem Buch bringe, die auch Kathleen Johnston zu den ganzen Verleumdungen da sehr gut auflistet und dokumentiert. Ich bin der Überzeugung, wenn die Leute das gelesen haben und das zur Kenntnis genommen haben, wir haben in dem kleinen Büchlein auch, ich glaube, 95 Links und Quellen. Also da kann jeder sich selbst schlau machen, dass er dann unsere Forderung oder meine und unsere unterstützen muss. Eigentlich braucht es 2019 den Friedensnobelpreis für Julian Assange und Chelsea Manning. Im Zusammenhang will ich erinnern, der Friedensnobelpreis ist so ein bisschen kontaminiert durch Obama, der ihn blanko gekriegt hat und dann mehr Drohnenmorde begangen hat als seine Vorgänger. Und auch durch Henry Kissinger und solche Figuren in der Vergangenheit. Aber der Friedensnobelpreis kann Öffentlichkeit schaffen, kann sozusagen auch ein Stück Immunität verschaffen. Man müsste dann Assange nach Oslo reisen lassen, ihn in Empfang nehmen und Chelsea Manning auch. Und ich finde, die beiden haben für den Frieden mehr getan als jeder andere. Und deshalb haben sie diesen Preis verdient. Und ich will da nochmal erinnern an einen Friedensnobelpreisträger aus Deutschland, Karl von Osjetzky, der damals schon zur Weimarer Zeit, bevor die Nazis drankamen, über die geheimen Rüstungen der Reichswehr, die verboten waren, die illegale Aufrüstung, berichtet hat. Und dann auch angeklagt wurde, wieder freikam und kaum waren 33 die Nazis am Ruder, haben sie ins KZ gesteckt. Und 1935 hat er den Friedensnobelpreis gekriegt. Aber Hitler hat verboten, dass er den in Empfang nimmt. Und er war auch gar nicht mehr in der Lage, weil sie ihn da so gequält hatten im KZ, dass er schon so erkrankt war, dass er kurz darauf dann gestorben ist. Und das darf Assange nicht passieren. Der Junge ist erst 47, der hat noch viele, viele Jahre vor sich. Und der Friedensnobelpreis könnte ihm helfen, sozusagen, und könnte dazu auch beitragen, dass endlich ein europäisches Land, und wenn es nicht Deutschland ist, dann meinethalb auch die Schweiz, sagt, wir bieten dem Mann Asyl. Und wenn ich was zu melden hätte in der deutschen Regierung, dann würde ich ihm sofort einen hohen Regierungsposten als den Datenschutz- und Whistleblower-Beauftragten der Bundesregierung einräumen. Weil da ist er der Top-Profi, den man weltweit kriegen kann. Das ist auch eine gute Idee. Also, liebe Zuschauer, Freiheit für Julian Assange. Besorgen Sie sich dieses kleine Büchlein vom Westend-Verlag, das jetzt gerade rausgekommen ist. Denn es, ja, informieren Sie sich über diese Sache. Informieren Sie sich darüber, denn es geht hier nicht nur um die Freiheit für Julian Assange, sondern letzten Endes durch diesen drohenden Präzedenzfall, der die Pressefreiheit bedroht, geht es hier um die Freiheit von uns allen. Vielen Dank, Matthias, dass du da gewesen bist. Danke für die Einladung. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.